So, willkommen zurück. Wir sind jetzt bei Mission 5 und fliegen gerade über Vegas. Vor mir ist mein hässlicher Freund, Garnoes. Missionsziel ist es, den Bereich zu säubern und das Casino zu betreten. Genau. Mal sehen, ob wir das schaffen. Aber jetzt müssen wir hinfliegen. Eine schöne Stadt. Ja, wunderschön. Hier Verkehrschaos da unten. Wie man sieht, die ganzen Autos stehen da. Okay, alle schräg. Ja. Na, sagen wir viele. Ich könnte sagen, ein riesiger Frauenparkplatz. Das ist nicht gemein. Es ist wahr, aber gemein. Ich bin ein Arschloch, ich weiß. Es tut mir auch leid, ich bin zurück. Oh, hier, wunderschön, diese Anzeige-Konsole beim Helikopter. Wow. Was hast du gesagt, bitte? Ich habe gesagt, man muss sich nicht gerade entschuldigen, was der Wahrheit entspricht. Das ist jetzt aber auch. Ah, guck mal, jetzt landen wir. Wunderschön. Gut, jetzt sei schon da. Dann natürlich versagt. Ja, pff. Das wartet, Mann. Da sind wir aber schon. Da muss ein Mann Einsatzkommando kommen. Oh, guck mal, die Fackel hier. Die will ich haben. Kann ich die mitnehmen? Ne. Um Warcroft dreimal zu rezitieren. Meine Eier brennen! So. Haben wir das auch aus dem Weg? Hier mal den Schalldämpfer rauf. Was? Ich bin hinter dir. Wie immer eigentlich. So, 126 Meter, muss ich zurückgehen. Ich sehe Terroristen, die von mir weglaufen. Ich habe noch keinen gesehen. Hinter dem Auto ist so einer. War einer? Ne, ist noch einer. Oh, keine Mutti mehr. Ich Idiot. Habe ich nicht nachgeladen. Ja, nachladen macht den automatisch. Ja, das ist voll wahr. Nachladen ist sinnig. Sollte man tun. Ich kann mich auch mal irgendwo hinterstellen. Das ist ein bisschen auf der Straße. Hm. Und die auch schön jeder abschießen kann. Das macht Sinn. Ich sehe gerade den Tango nicht. Wo ist er? Ich bin erwischt. Okay. Irgendwie gefällt mir der Schalldämpfer nicht. Der ist zwar praktisch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man verzieht auf längere Entfernung, wenn man das Ding drauf hat. Also bei meiner Waffe ist das vielleicht anders, aber eigentlich glaube ich das nicht. Vielleicht ist es auch nur ein subjektives Empfinden. Wir sollten hier erstmal ganz sitzen. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind immer von hinten. Also seine Anleitung nicht gefallen, ja? Der Gedanke macht das Wort zur Sau, ne? Möchtest du mal so sagen? Ich glaube, das war gerade einer. Wann, kann man jemanden, wo ich zu tun sein kann, den wegnehmen? Ich habe gerade einen erwischt. Komm raus, du Stück. Na wunderbar. Hast du ihn weggeballert. Bitte, was hast du gerade gesagt? Äh, äh, gar nicht. Gut. War ich in den Rücken geschlossen? Ich meine, hier dann. Die sind noch nette, denn ich meine, äh... Ja, das ist Achswerbung, da vorne ist übrigens einer. Ich war gerade abgelenkt. Das habe ich nicht gekriegt. Ich bin auch nur ein Mann. Ich sag's nur. Wir sind die Besseren, was willst du damit sagen? Oh, jetzt reicht auch jetzt. Jetzt habe ich das angehört gerade. Was heißt hier nur? Sag mal, guffel mir doch hier nicht vor der Optik rum. Ich sehe hier gar nichts. Gut, es ist hier nicht so, als dass ich deinen Arsch nicht attraktiv finden würde. Aber das muss nicht sein. Ich kann dich sehen. Ich kann dich sehen. Warte, nein, doch nicht. Hinter dem Taxi ist noch einer. Okay, okay, da war noch einer. Oh, das war ja ganz lausig. Wo bist du eigentlich? Ich bin direkt neben dir dran. Oh, Gott. So. Ich glaube, der kann sein Auto nicht mehr fahren. Hinter dem Taxi ist schon wieder einer. Sag mal, ich habe dich doch getroffen. Will der mich verarschen? Komm raus da. Oh, mir geht hier mit dem Muni aus. Oh, Mann! Sie haben ihn! Sie haben ihn! Sie haben ihn, mich! Sie haben ihn vor allem, verdammt! Oh, Mann. Warte mal, bis du gespawnt bist. Äh, plopp, da bin ich wieder. Ich stehe mich jetzt genau vor deiner Visage. Oh, oder auch nicht. Der Typ an den Taxi geht mir auf den Keks. Ach, da hinten ist ein Geschütz. Na, das ist natürlich auch schön. Dann werde ich doch mal gleich eine Granate werfen. Super, die Granate hat hier nicht getötet, aber... So, was ich dem geneigten Zuschauer noch zeigen möchte, nachdem hier die ganzen Terroristen jetzt weg sind. Töten! Äh, ich meine... Okay, ich gehe einfach mal auf deinem Niveau. Komm, dass noch nie ein Niveau gewesen wäre. Ich höre das... kreischend von Sirenen. Ich fühle mich wie du sollst. Pff. Warf hat keine Ahnung, das ist hier kein Rohr. ja da hat sich schon erwischt worden kein gutes sich gut für mich hier gerade ich habe auch ganz ungünstig gestanden muss ich gestehen ich habe ihn gehört und er hat gar nicht gesagt ganz leise habe ich ihn gehört ich finde das unverschämt von ihm muss du mich vielleicht vorgehen lassen das wäre eine gute idee ich werde dies in erwägung ziehen ich habe ein taxi erwischt äh ja ich meine ja bleib stehen das ist ein taxi ja ein merkwürdiges taxi aber ein taxi wo fast hätte er mich erwischt ich habe nicht darauf geachtet das war keine gute idee und er ballert schon wieder irgendwas aus mich ich kann nicht sagen von wo er ist genau vor dir gewesen hast du ihn erwischt oder war ich das ich habe gar nicht geschossen okay dann war ich das sagt mir wenn die luft rein ist jetzt habe ich ihn erwischt super jetzt habe ich gerade die handkanade geworfen okay da war noch einer ich bin mal ein stück weiter gegangen und steck mich versteck mich mal hier hinter dem blumenkasten was auch immer das ist mach ich jetzt auch was schießt hier auf uns unter dich einer gewischt aber er mich auch 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 Oh, was war das denn? Ich hätte ihn treffen können und ich schieße auf das Auto. Ich habe total verzogen. Mach mal ruhig weiter. You can do it. You are my hero. Ja, aber alleine finde ich das schön. Das ist wahr, aber das ist ja nicht mehr viel. Wow. Du kannst dir ja ansehen, was ich hier ein tolles gemacht habe. Ich habe den Tod verdient. Warte mal aufzuschießen. Nee, der hat unendlich Munition. Der ist Rambo. So, ich habe ihn erwischt. Zwar mal von Schmerzen. Da kommt der Nächste. Leider kann man hier nicht wie in Ravenshield frei durch die Gegend floten. Mit der Kamera. Zumindest habe ich das noch nicht herausgefunden. Oh, hinter dir. Oh, hinter dir. Hat er sich... Hat er sich hinausgeschlichen aus dem Kampffeld. Hätte er gerade nicht Kontakt gesagt, hätte er sich überwischt. Ja. Hinter dem Auto ist noch einer. Genau den. Oh. Da sind wir draufgegangen. Dann würde ich sagen, das machen wir gleich nochmal. Ja, machen wir auch. So, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis zum nächsten Versuch, ja. Ja, bis zum nächsten Versuch.